Ich hatte mich so gut vorbereitet auf das Jugendwort des Jahres 2023 und ich weiß sogar, was es auch bedeutet. Tja, es heißt Goofy und ich habe mich tatsächlich intensiv damit beschäftigt und es bezeichnet also eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Das war bei mir im vergangenen Jahr 2022 so. Das Voting des Langenscheid-Verlages setzte sich also bei 39% der Stimmen unter diesen drei Top-Begriffen durch. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Side-Eye und NPC mit Side-Eye ist ein skeptischer Blick gegenüber einer Person oder Situation oder auch abwertender Blick gemeint. NPC steht für Non-Player-Character, also für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.